Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Endlich ist Herbst Tag. Ich wurde dazu von der lieben Christine getaggt und ich packe ihr Video, ihren Kanal unten in die Infobox. Und ich bin zwar jetzt nicht der größte Fan des Herbstes, es ist für mich aber eine Jahreszeit, die durchaus noch okay und erträglich sozusagen ist. Und ja, ich freue mich durchaus auch auf den Herbst, auch wenn es natürlich bedeutet, dass dann der Sommer weggeht. Aber der Herbst hat noch den großen Vorteil, dass er durchaus golden und schön sein kann und noch den ein oder anderen Sommermoment mitnimmt und es eigentlich ganz so schwer fällt, wenn man direkt vom Sommer vielleicht in den Winter gehen würde. Diese Übergangszeit finde ich ganz angenehm. Es gibt schöne Farben in der Natur und man krümelt sich so langsam ein bisschen zu Hause ein und merkt, okay, es ist jetzt auch mal gar nicht schlimm zu Hause zu sein, während man ja im Sommer durchaus den Drang nach draußen hat, zumindest ich. Ja, endlich ist der Herbst da. Es ist jetzt auch schon Oktober und wir sind gefühlt wirklich auch schon mittendrin. Gerade was auch die kälteren Temperaturen angeht, hat man da schon Ende September ganz schön gemerkt. Aber es soll gar nicht so direkt um den Herbst gehen oder was ich davon denke oder darüber halte oder wie auch immer, sondern es gibt ein paar ganz tolle Fragen, die sich ausgedacht wurden. Und ja, die möchte ich heute natürlich buchtechnisch beantworten. Ihr findet die Fragen unten in der Infobox. Ich habe euch auch ein bisschen versteckt, sozusagen die Bücher zu den einzelnen Fragen unten verlinkt. Also wenn ihr jetzt hier im Buch seht, dann wisst ihr, welche Frage das ist. Und dann könnt ihr unten auch auf das Buch klicken und es euch gegebenenfalls auch näher ansehen. Und ja, ich denke, wir starten jetzt einfach direkt mit der ersten Frage. Und das ist zwar hier die erste Frage, war aber tatsächlich die letzte Antwort, die mir irgendwie dann eingefallen ist. Denn ich fand ein lebendiges Setting wirklich sehr schwierig, weil je nachdem, was man darunter versteht, gibt es entweder unendlich viele Geschichten, die ja irgendwie lebendig sind oder aber gefühlt irgendwie keine so richtig, die wirklich vor Leben strotzt. Und ja, ich habe mich jetzt für eine Reihe entschieden und habe jetzt, glaube ich, den fünften Band davon in der Hand. Es ist nämlich eine Reihe, die, wie ich finde, sehr lebendig ist, weil sie ein ganzes Leben auch begleitet. Und ja, es ist die Clifton Saga von Jeffrey Archer. Das ist jetzt die Wege der Macht. Wie gesagt, der fünfte Teil war, ich fand, dass er farblich von diesem Rotton auch richtig schön einfach jetzt in den Herbst passt. Und mich hat ja im letzten Jahr, also 2018, die Reihe wirklich absolut geflasht. Ich habe sieben Bände in fünf Wochen angehört und konnte überhaupt nichts anderes Gefühl tun, als diese Reihe hören. Denn sie ist sehr lebendig. Sie hat viele Perspektiven. Wir begleiten Charaktere gefühlt ein Leben lang, was ich schon sehr lebendig finde, weil natürlich in so einem Leben auch sehr, sehr viel passiert. Und dadurch, dass wir eben auch noch verschiedene Charaktere haben, passiert natürlich noch mal mehr, als wenn wir nur ein Leben verfolgen würden. Und das rechtfertigt dann eben auch durchaus die sieben Bände. Und für mich war die Clifton Saga auch so ein bisschen der Anfang eines neuen Genres, was ich für mich entdeckt habe. Und seitdem suche ich einen würdigen Nachfolger. Ich finde die in der Regel immer nur bei Jeffrey Archer selbst. Aber die Clifton Saga kann ich absolut empfehlen. Ich fand diese Reihe großartig und auch wirklich wunderbar lebendig. Die zweite Frage lautet dann Ja, mit solchen Themen geht es mir wahrscheinlich mit vielen anderen auch so, dass ich das immer sehr schwer finde. Man muss so ein bisschen in Stimmung sein und manchmal zieht es einen auch komplett runter. Gerade wenn man vielleicht auch im bekannten Freundesfamilienkreis ähnliche Erfahrungen hat. Ich habe aber direkt zwei Bücher hier neben mir liegen, die im Grunde schon traurig sind, aber schön geschrieben sind und einen auch irgendwie positiv wieder zurück ins Leben schicken. Und zum einen ist das von John Green, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich glaube, zu diesem Buch muss man gar nicht mehr viel sagen. Es war eine Zeit lang in aller Munde. Denn es wurde auch verschrien als das Krebsbuch, weil hier eben Jugendliche mit Krebs zu tun haben. Und ich muss aber sagen, ich finde das total falsch, denn ein Krebsbuch wäre für mich etwas ganz, ganz anderes. Diese Jugendlichen sind eben einfach krank und sind aber auch Jugendliche und gehen damit um, wie... Ja, oder zeigen uns, wie man damit umgehen sollte. Und es gelingt uns wahrscheinlich nicht immer. Aber ich gehe nach dem Ende des Buches mit einem, ja, Weinen heraus, aber merke dann recht schnell, wenn die Träne getrocknet ist, wie positiv mich dieses Buch immer wieder stimmt. Und ich finde, das liegt einfach am tollen Schreibstil von John Green, der das für mich wirklich perfekt macht. Und eine wunderbare Geschichte erzählt und die wirklich sehr tiefgreifendes Charaktere auch geschaffen hat. Die Gedanken hat, die man wirklich nachvollziehen kann, beziehungsweise man vielleicht diese auch schon selbst getragen hat. Und ja, ich liebe dieses Buch. Ich habe es schon einige Male gelesen. Das letzte Mal sogar, ja, ist noch gar nicht so lange her, in der englischen Version. Man sieht hier auch, das Buch ist schon recht, es sieht recht benutzt aus. So sollte im Buch auch aussehen. Und für mich wirklich auch ein absolutes Lebenslieblingsbuch. Das zweite Buch ist PS Ich liebe dich von Cecia Ahern. Hier haben wir ja eine junge Frau, die ihren Mann sehr jung auch verliert und auch so ein bisschen den Mut und den Willen zum Leben verliert. Und er ihr aber Briefe schickt, die eben immer mit PS Ich liebe dich enden. Eine rührende Geschichte, an mancher Stelle wunderbar kitschig, sodass es ja einen fast zerreißt vor Traurigkeit. Aber eben auch, ja, man diese Liebe einfach spürt und dann eben auch den Lebenswillen spürt, den sie im Grunde durch jeden Brief so ein bisschen erhält. Im Oktober erscheint jetzt im Grunde eine Fortsetzung zu PS Ich liebe dich von Cecia Ahern. Und auf die bin ich sehr gespannt. Denn, ja, unsere Holly, die wir in diesem Buch schon kennenlernen, ja, die möchte im Grunde Positives weitergeben im Leben. Und da bin ich sehr neugierig. Für mich auch ein Buch, was nicht nur mein Lieblingsbuch von Cecia Ahern ist, sondern eben auch in diese Kategorie passt, dass es sehr traurig ist, dass man mit einem schweren Verlust zu kämpfen hat, aber dass man dadurch eben doch einfach auch an Stärke gewinnen kann und dass man diesen Weg einfach gehen muss. Auch wenn man denkt, man kann ihn nicht gehen und dass eben am Ende doch irgendwie der Sonnenschein auf einen wartet. Und das ist gar nicht kitschig oder unrealistisch. Das Leben geht eben irgendwie weiter. Und ich finde, dass Cecia Ahern das in einer ganz wunderbaren Art geschafft hat zu erzählen. War ja, glaube ich, sogar ihr Debütroman. Also finde ich wirklich großes Bücherkino. Die Verfilmung ist so semi-okay, kann man sich anschauen, finde ich, aber das Buch ist um länger natürlich besser. Ja, liebe ich wirklich. Und ja, auch bei Der Schicksal ist ein dieser Verräter gibt es natürlich eine Verfilmung, die ich großartig finde, die für mich auch durch so diesen Geist des Buches einfängt. Also wer vielleicht nicht lesen möchte im Herbst, sondern Filme schauen, der ist bei diesen zwei Büchern auf jeden Fall auch richtig. Die dritte Frage ist, im Herbst fängt die Schule wieder an, zeige ein Sachbuch, das dir etwas Neues beigebracht hat. Und ich persönlich finde das sehr schwierig, weil ich finde, dass Sachbücher schon etwas sehr Persönliches sind. Ich zeige auch sehr selten Sachbücher hier auf meinem Kanal. Ich zähle die oftmals zwar irgendwie zum Lesemonat dazu oder manchmal auch nicht, je nachdem, wie lange sie mich begleiten. Ich finde, dass man dadurch doch sehr persönlich etwas von sich preisgibt, was mir an mancher Stelle einfach zu privat wäre. Aber ein Buch, was mich in diesem Jahr sehr begeistert hat, ist Homo Deus von Yuval Noah. Ich habe das zu Weihnachten geschenkt bekommen. Es ist mittlerweile auch ausgeliehen. Deswegen kann ich euch jetzt auch nur das Bild im Grunde anzeigen, weil das Buch jetzt gefühlt im Freundeskreis umhergeht. Es ist ein sehr interessantes Buch, das uns die düstere Version der Zukunft zeigt und uns eben auch einfach mitnimmt auf die Reise des Menschen und was da irgendwie noch kommen könnte. Es gibt wirklich sehr stichhaltige Erklärungen, sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Gegenwart, die dann eben irgendwie zu der Zukunftsvariante führt, die Yuval Noah ja für sich im Grunde irgendwie festgehalten hat. Der Autor hat ja mittlerweile auch noch zwei, drei andere Bücher geschrieben. Eins davon sind 21 Gedanken zum 21. Jahrhundert irgendwie so, was ich auch mega spannend finde. Aber ich finde, dieses Sachbuch hat eben etwas sehr Eindringliches, etwas sehr Echtes und man kann das wirklich verstehen. Und es ist zwar schon irgendwie wissenschaftlich hinterlegt und es sind auch so die ein oder anderen Fachbegrifflichkeiten dabei, aber ich finde, wenn man sich damit beschäftigt, sich darauf einlässt, dann kann man wirklich was mitnehmen. Und das hat dieses Sachbuch für mich in diesem Jahr auch zu etwas Besonderem gemacht und mir so das ein oder andere zum Nachdenken auch einfach mitgegeben, was ja jetzt auch hier im Grunde in der Frage impliziert war. Die vierte Frage. Um sich warm zu halten, ist es gut, einige Zeit mit den Leuten zu verbringen, die wir lieben. Nenne eine fiktive Familie, Freunde, Gruppe, einen fiktiven Haushalt, von der du gerne ein Teil wärst. Hier ist mir natürlich an erster Stelle die Weasley-Familie eingefallen aus Harry Potter. Ich wäre unglaublich gerne ein Weasley, wobei ich lieber die angeheiratete Weasley wäre, denn ich bin ja ein absoluter Fan von Fred und George. Ich könnte mir dann jetzt mal aussuchen, welchen der beiden, aber da gibt... Also ja, ich möchte jetzt auch nicht spoilern oder so, aber ja. Von daher wäre ich tatsächlich gerne ein Weasley. Da ich aber Harry Potter noch in einer anderen Frage habe, habe ich mich für einen Gumchi entschieden und zwar für Samwise-Gumchi aus Der Herr der Ringe. Und ja, ich wäre unglaublich gerne ein Hobbit, würde also gerne in diese Gruppierung gehören. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, bei den Gefährten gab es ja nicht eine Hobbit-Frau, die mitlief. Man könnte sagen, bei den Gefährten war die Frauenquote sowieso relativ schlecht bis gar nicht vorhanden. Aber ich wäre, glaube ich, gerne die Frau gewesen, die dann auf ihren Samwise gewartet hätte und ja, hätte das auf jeden Fall sehr schön gefunden, wenn ich da so in die Hobbit-Richtung komme. Und so sieht ja auch irgendwann mal mein Himmel aus, wo ich sage, für mich ist das das Auenland. Und da wird dann barfuß umhergelaufen und jedes Fest gefeiert und ja, ich bin ein Samwise-Fan und für mich ist das mein Lieblingscharakter neben Ahagon aus dem Herrn der Ringe und ich finde den großartig, sowohl im Film wie natürlich auch in den Büchern. Deswegen ist das auch der einzige Funko aus der Herr der Ringe-Welt, der bei mir eingezogen ist und weil ich ihn einfach, ach Liebe, ja, aber genug der Schwärmereien, machen wir mal weiter. Die fünfte Frage ist, die bunten Blätter stapeln sich auf dem Boden. Zeig uns einen Haufen von herbstfarbenen Covern. Es gibt unglaublich viele Cover, die in diesen klassischen Rot-Grün-Gelb-Blau Themen irgendwie gehalten ist. Gut, Blau ist jetzt nicht direkt eine Herbstfarbe, aber dieses Rot-Orange und so ein bisschen das Grün, was ins Gelb geht, das hat man gerade bei Jugendbuch-Trilogien unglaublich häufig. Wir haben das bei Panem, wir haben das in der Zeiten-Zauber-Trilogie. Wenn ich rüber gucke bei das Lied von Eis und Feuer in englischer Variante, haben wir auch ein Rot, ein Grün, das ein bisschen dann auch wieder ins Gelb geht. Also man hat das wirklich sehr, sehr häufig und besonders schön, finde ich, einfach die Cover von Red Rising von Pierce Brown. Und hier haben alle Teile bis auf der dritte, glaube ich, wirklich auch dieses herbstliche Thema. Wir haben hier wirklich das wunderschöne Rot. Wir haben im zweiten Teil, ist es, glaube ich, so ein bisschen orange. Der dritte Teil ist dann, glaube ich, blau. Und der vierte Teil ist ja dann mit weißem Hintergrund, fängt aber dieses Rot-Orange-Thema wieder auf. Also alle vier Teile der Red Rising, nein, also drei von vier Teilen der Red Rising-Reihe haben für mich diesen wunderschönen Herbstmoment. Hier natürlich ein bisschen düsterer, auch einfach durch diesen schwarzen Hintergrund. Ich finde das aber wirklich super, super schön. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, nein, ich glaube, die anderen Cover sieht man hier noch nicht drin, nein. Aber ich finde die wirklich richtig schön, richtig herbstlich und auch nicht so überladen. Ich bin ja auch nicht der größte Fan von Gesichtern irgendwie auf Covern. Von daher finde ich das wirklich richtig, richtig schön. Und das fängt für mich perfekt den Herbst an. Und wie mir gerade auffällt, ich selbst sehe ja auch ein bisschen herbstlich aus heute mit dem Rot. War mir gar nicht so bewusst, als ich das Video angefangen habe. Aber gut, sechste Frage. Herbst ist die perfekte Zeit zum Geschichtenerzählen am Kamin. Zeige ein Buch, in dem jemand eine Geschichte erzählt. Ja, klassisch könnte man jetzt natürlich auch wieder den Herrn der Ringe nennen, beziehungsweise auch der Hobbit, der ja im Grunde von Bilbo und Frodo irgendwie erzählt wird. Das hätte ich aber ein bisschen komisch gefunden, immer diese Wiederholungen. Deswegen habe ich mich mal für ein ganz anderes Buch entschieden. Und zwar eine Reihe, die ich glaube ich vor zwei Jahren, wenn nicht sogar vor drei Jahren, abgöttisch geliebt habe. Und zwar Die Katze des Dalai Lama von David Michi. Es kommt jetzt, glaube ich, im Oktober oder November ein neues Buch von ihm heraus, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und obwohl diese Trilogie wirklich zu meinen Highlight-Büchern gehört, ist sie noch nicht in echter Form bei mir eingezogen. Was den Grund hat, dass die auch gebraucht noch unglaublich teuer sind, wie ich finde. Und ja, irgendwie ich noch nicht so die Zeit und die Muse gefunden habe, mich da ein bisschen näher auf die Suche zu begeben. Aber das sollte jetzt unbedingt mal passieren. Denn diese Trilogie ist wirklich eine wunderschöne Reihe. Denn ja, der Geschichtenerzähler ist eine Katze. Nämlich die Katze seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Er findet die Katze auf der Straße, nimmt sie mit in seinen Palast. Und sie stromat eben durch die verschiedenen Paläste des Dalai Lama, je nachdem, ob wir im Sommer oder im Winter unterwegs sind, wechselt ja auch der Dalai Lama seine Unterkunft, seinen Palast. Und ja, sie erzählt uns ihre Geschichte natürlich immer mit diesem Blickwinkel auf den Buddhismus. Sie packt uns auch so ein bisschen diese Wahrheiten sozusagen mit hinein. Also es ist nicht alles unglaublich fiktiv. Aber es ist natürlich die Sicht einer Katze. Und sie erzählt uns ihren Tagesablauf, so ein bisschen ihr Leben, wie es ist an diesem Hof, auf diesem Palast, an diesem Palast zu leben. Auch die Fragestellung, die man ja auch beim Buddhismus hat, ob man überhaupt ein Haustier halten sollte, beziehungsweise was passiert, wenn man ein Haustier hat, das im Grunde auch Tiere frisst. Alles eine Frage, die sich da irgendwie gestellt wird. Und es ist eben so eine Geschichte, die uns dem Buddhismus im Alltag näher bringt und uns, ja, das wirklich so durch diese einfache Sprache der Katze. Aber zu etwas ganz Besonderem macht. Und ich fand diese Reihe wirklich wunder, wunder, wunderschön. Sie hat mich sehr ergriffen, sehr mitgenommen. Hat auch wirklich so den ein oder anderen, ja, Gedanken nochmal in Worte gefasst. Hat mir gut gefallen und finde ich, ist perfekt für den Herbst, Winter, um da vielleicht einfach mal neue Impulse aufzunehmen. Und ja, die Katze seiner Heiligkeit macht das wirklich mit unglaublich viel Charme und richtig, richtig schön. Siebte Frage. Die Nächte werden dunkler, zeige eine dunkle, gruselige Geschichte. Und ich habe mir damit sehr, sehr schwer getan. Denn ja, es gibt natürlich dunkle Geschichten. Gruselig ist ja für mich sehr oft, wenn so ein bisschen Vampire auftauchen. Aber es kommt sehr selten vor, dass ich mich in Büchern grusle, beziehungsweise, ja, passiert das doch eher mal in Filmen oder Serien. Aber ja, das ist halt immer so ein schmaler Grat. Wann fängt Grusel an? Und ja, mancher, also das ist ja sehr unterschiedlich. Und auch, ja, jeder empfindet das einfach anders. Ich habe von Dan Simmons jetzt einfach mal dabei, Kinder der Nacht. Einer von drei Highlight-Büchern von Dan Simmons, die auch weiterhin im Regal bei mir sozusagen liegen geblieben sind. Das Buch ist unglaublich spannend erzählt. Es ist gruselig in meinen Augen. Es ist atmosphärisch. Es ist dunkel. Es ist grausam. Insbesondere, was eben mit diesen Kindern passiert. Ich finde, wenn Kinder irgendwie wo was zu tun haben, dann ist das immer, ja, für mich sehr schwierig, ja, da irgendwie nicht, ja, berührt zu sein. Ich fand Kinder der Nacht gerade mit dem Thema auch so ein bisschen des Vampires sehr, ja, anders erzählt. Es zeigt uns mal eine ganz andere Art von Vampir, von Geschichte darüber, wie ich finde. Und mir hat die Geschichte unglaublich gut gefallen. Ich fand die wirklich mit eins der Meisterbücher sozusagen von Dan Simmons. Hat für mich auch Terror und der Berg getoppt. Das ist wirklich so mein Favorit des Autors und fand ich einfach Hammer. Kann ich wirklich nur empfehlen. Hat großen, großen Spaß gemacht. Und als Hörspiel möchte ich Monster 1983 empfehlen. Wer also gerne Hörbücher hört, der wird hier auf jeden Fall auch seinen Spaß haben. Denn die Geschichte spielt zum einen in den 80ern und ein Hörspiel ist ja nicht wie ein Hörbuch, wo eine Geschichte vorgelesen wird, sondern ein Hörspiel lebt ja davon, dass man wirklich die Dialoge nur im Grunde hört, beziehungsweise alles, was eben jemand sagt oder auch mal gerne mit sich selbst spricht. Und man hat auch Geräusche drumherum. Und für mich war Monster 1983, wo ich glaube, so seit Jahren mein erstes Hörspiel, was mich unglaublich gefesselt hat, sehr gepackt hat. Das ist sehr gruselig. Alleine eben, ja, weil man dieses Atmosphärische eben auch hört und nicht nur liest. Und ich fand das wirklich großartig gemacht. Es sind sehr viele tolle deutsche Hörbuchsprecher dabei, Synchronsprecher dabei. Und wenn man sich da mit den Synchronsprechern beschäftigt, beziehungsweise bin ich da ja sehr fanatisch und ich muss immer, wenn ich eine Stimme kenne, erst mal gucken, oh, wer ist das? Ach ja, das ist die Stimme von so und so. Und dann war für mich wirklich, wie wenn ein Film im Kopf abläuft, wo ich eben die Schauspieler passend ihrer deutschen Stimme vor Augen hatte, und ich kann das wirklich nur empfehlen. Also hier hat Iva Leon Menger wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte erfunden. Es ist eine Trilogie, die wirklich ein purer Hörgenuss ist. Kann ich jedem nur empfehlen, wer da eben ein bisschen was Gruseliges, Schauriges irgendwie mal hören möchte. Die achte Frage ist, Die Tage werden kälter. Zeige ein kurzes, herzerwärmendes Buch, das jemand an kalten und regnerischen Tagen aufwärmen könnte. Und das war ein Highlight aus dem letzten Jahr für mich. Und zwar ist das mit Gobi durch die Wüste von Dion Leonhard. Ein Buch, was ich unfassbar geliebt habe und auch immer noch liebe. Ja, wir haben hier Gobi schon im Grunde auf dem Bild. Das ist eine Hündin, das ist eine Geschichte auf wahren Begebenheiten. Dion Leonhard ist ein Extremläufer, der eben durch die Wüste Gobi gelaufen ist und da einen Hund getroffen hat. Und ja, dieser Hund irgendwie so seine Wegbegleiterin wird. Und er irgendwie merkt, eigentlich suche ich keinen Hund. Und eigentlich bin ich halt Läufer und beschäftige mich nur damit. Aber ja, diese kleine Gobi hier schafft es irgendwie in das Herz von Dion Leonhard. Und dann erzählt er uns eben nicht nur seine Läufergeschichte, seine Extremlaufgeschichten, sondern eben auch, ja, was es mit der kleinen Gobi auf sich hat und ja, wie schwierig es tatsächlich war, ja, sie im Grunde aus, ja, der Ferne irgendwie nach Europa zu bringen. Und ja, die Geschichte gab es wohl auch mal in einer Art Blog. Also der Autor Dion Leonhard hat das eben auch früher mitgebloggt und irgendwie auch war auf Facebook sehr aktiv. Und dann ist eben dieses Buch entstanden, was ich im letzten Jahr absolut geliebt habe, was mich sehr berührt hat, was mich wirklich mitgenommen hat und ja, was mich nicht nur erwärmt hat durch die Wüste-Gobi natürlich, sondern auch einfach wie so ein Extremläufer, welche Gedanken der hat, was ihn da antreibt, was ihn motiviert und dann eben auch, ja, wie es eben so ein Hund schafft, ja, irgendwie das Herz eines Menschen zu berühren. Und ich glaube, jeder, der tierlieb irgendwie ist und ein Tier in seinem Herzen trägt, der kann das irgendwie nachvollziehen. Und ich finde das eben immer durchaus sehr herzerwärmend. Und ja, jetzt zur vorletzten Frage, die auch noch ein Buch zeigt. Und zwar ist das Der Herbst kehrt jedes Jahr zurück. Zeige einen alten Liebling, zu dem du bald zurückkehren möchtest. Und ich bin jetzt gar nicht der klassische Jahreszeitenleser. Ich meine, natürlich lese ich Weihnachtsbücher auch nur um die Weihnachtszeit, aber es gibt kein so echtes Buch, was ich jeden Herbst lese. Aber es gibt dieses Jahr einen Anlass, um zumindest diesen Teil zu rereaden. Und zwar ist das Harry Potter. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, in der späteren Frage wird Harry Potter auch eine Rolle spielen. Denn es erscheint jetzt im Oktober der vierte Band der illustrierten Ausgabe. Und ich habe unglaubliche Lust, zumindest diesen Teil mir mal wieder dann in der illustrierten Ausgabe durchzulesen. Ich habe ja die ganze Reihe im letzten Jahr gereadet. Ich finde, das kann man durchaus alle zwei, drei Jahre mal machen. Das ist für mich eine Reihe, die immer wieder geht, die ich dann auch immer wieder damit verbinde, auch mir die Filme anzusehen, die ich zumindest bis zu einem gewissen Grad wirklich sehr gut finde, die mir eine ganz tolle Stimmung sozusagen machen, die mich auch so in den Herbst-Winter bringen. Das Buch erscheint im Oktober. Geplant ist eigentlich, dass ich es mir vielleicht zu Weihnachten schenken lasse. Aber man weiß ja nie, was passiert. Dann wäre natürlich schon Winter. Aber zu der Reihe möchte ich eigentlich direkt noch auch in diesem Jahr dann greifen, beziehungsweise zumindest zu der illustrierten Ausgabe, auf die ich wirklich auch unglaubliche Lust habe. Denn der Feuerkelch, ja, ist einfach wunder, wunderbar. Und gerade der Start, wenn man an die Weltmeisterschaft denkt, die stelle ich mir eben in illustrierter Form auch ganz, ganz toll vor. Und ja, ich freue mich auf die illustrierte Ausgabe. Und die wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch gelesen, wie dann eben auch die Harry-Potter-Filme auf jeden Fall noch angesehen werden. Und das war es jetzt mit buchigen Fragen. Es heißt jetzt hier noch bei zehntens, Herbst ist die perfekte Zeit für gemütliche Lesenabende. Zeige dein liebstes Accessoire für gemütliche Lesestunden. Und ich muss ehrlich sagen, so ein richtiges Accessoire habe ich nicht. Ich glaube, das Accessoire, was eigentlich keins ist, sind definitiv meine Katzen, die durchaus sehr gerne, wenn der Ofen hier an ist, mit mir auf der Couch liegen und die Wärme genießen und mich dann während des Lesens begleiten. Ich habe natürlich auch immer Kissen und Decken auf der Couch. Ich mag es, ja, Duftlampe anzuhaben, die dann irgendwie einen wohligen Duft machen, leckeren Tee da stehen zu haben, wobei ich ja Tee auch gefühlt das ganze Jahr trinke. Das macht für mich eben nicht so den Unterschied. Ja, als Accessoire würde ich jetzt meine Katzen benennen, die ich jetzt nicht unbedingt in die Kamera halten möchte. Es wird ein bisschen schwierig, weil auch gerade beide hier so schön gemütlich da liegen. Aber ja, das gibt es nicht so richtig. Also ich habe jetzt keine Lampe, keine Wärmflasche oder irgendwas, was man zeigen könnte. Von daher, ja, eher dann so ein bisschen erzählt, wie dann bei mir die Leseabende oder Nachmittage dann im Grunde auch aussehen. Und das waren sie jetzt auch schon, die zehn Fragen vom Endlich-ist-es-Herbst-Tag. Ihr findet die Fragen und wie gesagt auch die Bücher alle unten in der Infobox. Getaggt fühlen darf sich jeder, der Lust hat, diesen Tag zu machen. Gerne als Zuschauer in den Kommentaren. Aber natürlich auch jeder Booktuber, YouTuber, der Lust hat und sich da getaggt fühlt, der darf diese Fragen gerne übernehmen und machen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir das dann vielleicht auch in den Kommentaren schreibt und ich da dann auch einfach mal bei eurem Video vorbeischauen kann. Und ja, das war es jetzt von mir. Der Herbst ist da und ich hoffe, wir haben gemeinsam eine schöne herbstige Lesezeit und Videozeit. Und ja, danke euch jetzt für's Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.